Ja hallo, heute noch mal ein Video aus dem Urlaub und natürlich auch ich bin nicht weggefahren. Klar, Corona hat uns fest in der Hand und da habe ich zu Hause gesessen im Garten und habe überlegt, was könnte ich noch mal für ein Video machen. Und da bin ich auf folgendes Thema gekommen, als ich mir was zu trinken genommen habe. Wieso kühlt sich ein Gas ab, wenn es expandiert? Und warum das so ist? Das sehen wir gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Den Grund oder den Effekt, warum sich ein Gas abkühlt bei Expansion, nennt man den Joule-Thomson-Effekt. Das ist abhängig vom Gas, von der Temperatur und vom Druck. Das macht übrigens auch nicht jedes Gas. Wasserstoff zum Beispiel verhält sich genau umgekehrt und erwärmt sich bei Expansion. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es ein bisschen schwieriger ist, als die meisten glauben, ein Wasserstoffauto zu bauen. Es ist nicht unmöglich, das will ich hier nicht sagen, aber es hat doch relativ viele Faktoren, die bedacht werden sollten, die nicht so einfach zu handeln sind, wie sich manche Leute das vorstellen. Jetzt müssen wir uns erstmal ganz kurz mit der Theorie befassen. Dafür habe ich einen Block. Kommt mal um mich rum, ich zeige euch mal gerade was. Also fangen wir mal an. Wärmenergie ist Bewegung. Ein Teilchen, was sich nicht bewegt, hat keine Energie und hat demnach die tiefste mögliche Temperatur. Die ist minus 273 Grad Celsius oder 0 Kelvin. Und je höher die Temperatur ist, desto mehr fangen sich Teile an zu bewegen. Das heißt, sie schwingen. Wenn wir dann so ein Gasteilchen haben, dann schwingt das fröhlich vor sich hin. Und je kälter es wird und je ruhiger es wird, desto eher hat es die Möglichkeit, sich an ein anderes Teilchen anzudocken. Das ist das, was wir erkennen als, es wird erst flüssig und dann wird es irgendwann fest. Und ich meine jetzt keine Kristallbildung wie beim Wasser, sondern eher wie beim Honig oder bei Nutella. Das heißt, wenn man das im Kühlschrank hatte, dann wird das nicht mehr, ist das nicht mehr streichfähig. Wenn man die Temperatur erhöht, dann irgendwann lösen sich diese diese Verbindungen wieder. Hier das ist unser, das soll jetzt unser Gastank sein und die Moleküle können sich frei bewegen. In dem Moment, wenn wir den Raum verkleinern, bringen wir die Moleküle so weit zusammen, dass sie ihre Bindungen aufbauen können. So, und bitte nicht falsch verstehen, wir sprechen jetzt hier nicht von Bindungen, wie zum Beispiel eine Verbindung zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, also sprich Wasser, davon, also wir sprechen nicht von einer Molekülbindung, sondern das sind einfach, ich nenne das jetzt mal das Zusammenkleben. Oh Mann, bei der Erklärung, da krempeln sich manchem Chemiker die Fußnägel gerade hoch, aber ich nenne es trotzdem einfach mal so. Also jetzt wäre zum Beispiel aus unserem, aus unserem Gas eine Flüssigkeit geworden. In dem Moment, wenn wir das Gas durch eine Drossel ausströmen lassen, passiert Folgendes, der Druck drückt dieses, die Gasmoleküle einzeln mehr oder weniger durch diese Drossel und reißt dabei die, diese Verbindungen auseinander. Und diese Energie, die dafür verwendet wird, das ist die Wärmeenergie aus der Umgebung. So, und das ist ja auch zum Beispiel der Kreislauf der Klimaanlage. Wir haben einen Kompressor, der drückt das Gas zusammen, dann geht das Ganze zu einem Kondensator. Hier geht das kalte Gas raus, geht entweder zum Expansionsventil oder zu einer Drossel und strömt dann in den Verdampfer. Also das Kältemittel ist hier in der Anlage drin. Der Kompressor drückt das Gas zusammen. Das heißt, es wird warm, geht in den Kondensator, da wird die Wärme abgeführt. Der Kondensator sitzt vorne hinter dem Kühlergrill, noch vor dem Kühler vom Auto. Das heißt, es kann an die Umgebungsluft, kann die Wärme abgeführt werden. Das heißt, das abgekühlte Gas oder sogar das verflüssigte Gas geht zur Drossel, oder zum Expansionsventil und strömt dahinter aus und expandiert. Strömt in den Verdampfer und kühlt den Verdampfer herunter. Und diese Kälte wird benutzt, um den Innenraum vom Wagen kalt zu machen. Dieser ganze Effekt ist auch noch abhängig vom Druck. Bei Luft zum Beispiel ist es so, dass bis 500 Bar bei der Expansion sich das Gas, also die Luft, wieder abkühlt. Über 500 Bar würde sie sich erwärmen. Das heißt, wenn man einen Druck hat von, ich sag mal, 1000 Bar und würde das die Luft wieder ausströmen lassen und sich expandieren lassen, dann würde die Luft sich erst erwärmen und dann abkühlen, wenn man die 500 Bar unterschritten hat. Das sind übrigens keine festen Größen, die ich jetzt nenne, sondern das ist so Pi mal Daumen. Also wir können zusammenfassen, bei den normalen Gasen, die wir benutzen, bei den Drücken, die wir verwenden und auch bei den Umgebungstemperaturen, die wir haben, verhalten sich die meisten Gase wirklich so, dass sie sich abkühlen, wenn sie expandieren. Das sollte man wissen, zum Beispiel, wenn man Luft aus dem Druckkessel von einer LKW-Bremse ablässt, dass man das nicht mit dem Finger macht, weil sonst könnte das sein, dass der Finger vereist ist. Das zum Beispiel musste ich mal als Lehrling schmerzhaft erfahren. So, ich hoffe, das Video fandet ihr gut und interessant und ihr wisst jetzt, warum sich Gase abkühlen, wenn sie expandieren. Ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, als das übliche. Rechts und links kommt ihr wie immer zu meinen anderen Videos. Über das Logo könnt ihr ein Abo dalassen, über Daumen hoch und Abos würde ich mich natürlich freuen, wie immer. Und ansonsten macht's gut, bis bald, tschüss!